Du steckst Lazarus. Ja. Liebeslimit geht euch nichts ernst genutzt. Aber es wird oft bezeichnet als der Grund des Lebensmörderes. Und das... Das ist los. Sehr gut. Du brauchst nichts anderes? Dann musst du zurück... Aber das ist der Preis der Balance. Sehr gut, Kahn. Mit der Schmerz und der Schmerz, ich schreibe deinen Namen aus den Archiven. Der Preis. Gut, dass die Wiederbelebnis-Optionen gibt. Die Schmerz und der Schmerz. Sie brauchen einen neuen Anwalt. Dann musst du zurück. Das ist der Preis von Balance. Gut, Kahn. Bei Dünn und Dünn, ich schreibe deinen Namen aus den Archiven. Anwalt. Reise. Anwalt. Zudem wieder. Was ist das? In dem Tempel von Shah. Er ist in meinem Haus der Hoffnung. Er hat mir zurückgezogen, aber in der Tat. Er hat seine Worte healt, seine Körper restored. Er dachte, dass ich ihn schädigte. Aber er hat seine利用en. So ich ihn verabschiede. Wir haben den Devil. Jetzt will ich das, was ich gewohnt habe. Wir hatten einen Deal. Wir haben tatsächlich gemacht. Ich habe herausgefunden, was es um diese Schmerzen gibt. Es ist ein ziemlich schmerzes Geschichte. Auch für meine Gäste. Ich habe ein bisschen weniger Enthusiasme, wenn es zu Casador und seinen Hörern kommt. Oh, komm, Starion. Wir sind bereit, dein Bestand zu erheben. Du solltest wundervieren, in anticipation. Carved into that ivory skin of yours is one part of an infernal contract between the archdevil Mephistopheles and your former master, Casador Zar. In full, the contract states that Casador will be granted knowledge of an infernal ritual so vile it has never been performed. The rite of profane Ascension. It promises to be a marvelous ceremony. Very elaborate. Incredibly ancient. And entirely diabolical. If he completes the rite, he will become a new kind of being. The Vampire Ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified. And alongside them he will enjoy the luxuries of the living. The arousals and appetites of man will return to him. And unlike Astarion, you will have no need of a parasite to protect him from the sun. But the ritual has its price. As all worthwhile things do. Lord Casador will need to sacrifice a number of souls, including all of his vampiric spawn. If he is to ascend. Imagine how he felt then, when one of those precious spawns simply disappeared into thin air. The only missing ingredient is Astarion. You are the final piece he requires to complete the ritual. Your scars bind you to it. Your soul will set off a very wave of death. Bringing Casador his twisted life. Life. And that, my tragic and sweet friend, is that. Now, if you'll excuse me, I have business elsewhere. That means that the Astarion. Don't come back to Casador. Then... Well... You don't come back to Casador. You are now at me. Casador is a piece of shit. We will keep him alive. Hmm... You don't have anything to say. You are crying. Unbeknownst. What do you think I should do? Hmm... The idea definitely has appeal. I could get rid of the worm in my head and still walk in the sun. I'd finally be free of the hunger. And if I'm the key to this deal of Casador's, perhaps I can turn this to my advantage. I need to take the fight to him. And I need you... to help me. If you want to take him, I protect you. But with your skin, I'm not a threat to his hide. Of course, I'll help you. We'll destroy him and kill him. Yeah, depending on what we have solved our damage. Then I'll help you. Thank you. It's going to be exciting, if we can take something here. I already know how it works. But it takes a bit to there. I'm not afraid to be scared. I'm not afraid to be scared of the other. I've never seen this. I've just done it. part weiter gemacht das wir sind jetzt schon bin jetzt einfach irgendwie habe welches geschnitten haben sind jetzt zwei parts am stück auf also willkommen zu einem neuen part wahrscheinlich irgendwo in der mitte zwei personen schon gestanden die zweite mit der rung krach ich glaube zwei weitere stehen noch Das ist ein großartiger Artistik, wie diese Räume gelegt wurden. Niemand hat einen kreativen Streik. Auf geht's. Ein wenigstens. Einmal speichern hier. Vertrauenssprung rief. Aha. Einmal speichern. Oder vielleicht etwas. Einmal speichern. Einmal speichern. Einmal speichern. Ich glaube da hab ich die Helligkeitseinstellungen irgendwie verkackt oder ist es ein Bug im Spiel? Weil man kann den Weg hier deutlich sehen, das ist... Das ist gar nicht mal so schnell zu sehen. Und das liegt an der Nachtsicht des Krampers. Ich kann klar und deutlich sehen nur, wo der Weg lang geht. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video auch sehen könnt, aber es ist hier eindeutig und unproblematisch lang zu kommen. Ja, war jetzt nicht so schwer. Zweig oben. Und das ist mein Charakter. Die Fliefe von Was noch, der was der Bibliothek Jetzt kommt Nein, da kommt noch die Bibliothek. Ich weiß nicht, ob das die Ortsprüfung zählt. Da gehen wir gemeinsam rein. Verstummt ist ein bisschen unpraktisch. Ich würde sie gerne wieder spielen. Jetzt ein bisschen Kampf. Ich stelle das Loch aus. Aufschießen. Auch wenn ich jetzt direkt vor dem Wiener stehe. Besser ist. So schnell wie meine Knie mich anziehen kann. Na komm. Verstummt ist das so ein plus eins auch nötig. Ja. Primärwaffe. Spritze. Ja. Ich muss weiter gehen. Ich werde das hier machen. Verlockende Dunkelheit. Ist aber noch auf unserer Seite oder was. Rückschlag. Rückschlag. Visionischer Rückschlag ist echt eine gute Sache. Ich habe noch die Verstärkung. Ich habe noch mal die Verstärkung. Ich werde noch den Weg zu der Verstärkung abschließen. So, jetzt können wir den müssen ausschalten. Jetzt bin ich in der Reihenfolge. Wenn wir die noch ausschalten, dann sind wir in der Reihenfolge nacheinander. Ah, das ist der Falsche. Und Gift noch dazu. Na komm, die kriegen wir schon. Hallo, Shatado. Wow, immer wieder begeistert von Hallo, Shatado. Ich glaube, der hier ist der, der nach Milon ist. Oh, da ist der Mann, die ich frei habe. Wunderschön. Wunderschön. Wo gehe ich von hier? Jetzt können wir mal nacheinander. Wir müssen alle rumpfen. Zwei noch. Hm, da drin ist noch einer. Fast tot. Unfehlstreit. Ach, da schlage ich nicht mehr zu. Ja, komm. Hä, was hab ich gemacht? Ja. Ich sehe, wo wir gehen. Ja. Schrotthaufen. Hm, ich geh jetzt dran. Hm, ne Perle. Hm, hm. Furianz der Vertrauensprung. Prüfung. Aha. Oh, das Holz. Jetzt mach ich mal den Tank. Ich öffne einfach die Bücher und auch einen. Gib einen Fick drauf. Oder in derselben Prüfung. Das ist der Opfer der Monddoktor. Ich glaub das brauchen wir noch. Im Lieren des Solos ist die Nachtsingerin. Das brauchen wir, glaub ich. Fingerfertigkeit. Warum hab ich jetzt Barbar und Counting. Fingerfertigkeit. Ich glaub ich hab das Buch was verbrauchen. Ich geh da drüben noch mal gucken. Hm. Ich glaub ich hab überhaupt nicht. Nichts der Liebel. Ich mach auch nichts. Ist der Knopf? Ich geh, irgendwie nicht. Ich darf nicht wegwerken. Ich musste das denn. Ich habe nicht mehrufen. Ich ziehe, ich habe doch einen Knopf hier. Das wird mir gehen. Ich muss drücken. Oh, ähm. Okay. War nicht gut. Nicht hier drauf klatschen. What can silence the night song? Hm. Was ist das für der Mondtochter? Lägerin des Flusses, die Nachtsängerin. Nicht der Liebe. Ich würde mal das versuchen. Ich habe es nicht mehr in ganzem Kopf, aber... Wurde ich das nicht? Wurde ich das nicht? Ist möglich. Erfolgt halt eingesetzt, jetzt fangen wir bloß hier nicht mehr raus. 21 22 Fütter Erfolg Sehr gut Schattenherzen, das ist für dich Ah, der Schufträum Hm, lass uns sehen Ernährungsverlust vergessen Nachtspiel Okay, so gut ist er gar nicht, aber Wichtig für sie Die Kamprofonie ist immer noch besser Als der Nachtspiel Und klar, das ist die Zahel Magischer Widerstand Der Trigger erhält einen Bonus von plus 1 auf Rettungswürfel Für den Zauber Kein einmal kritischer Treffer Während du Verschläht bist, benutzt nur einen kritischen Treffer Bei einem Umgriffswürf Ein Oge weniger Dieser Effekt kann sich agieren Gutes Ding für Schattenherz Na dann So ist sie weiter die Karkophonie benutzen lassen Vier bis zwölf Schein Donnern des Niedersteckens Hat schon geil Schon eine sehr wichtige Attacke Ich glaube, sie geht's Nach oben oder nach unten Ähm 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 Ich habe das aber nicht gedacht Ich war es nicht würdig den Aufzug zu fahren Wow Ja Oh Cool Wie sinns Mama Bleibst du mal drauf hier Asturium Bleib Ja Ähm Schattenetz ist nicht würdig Bein unten Hier sind wir. Es ist ein Fahrstuhl nach oben. Ich habe hier die Fahrstuhl nach oben. Ich habe hier die Fahrstuhl nach oben. Meine Warte wird mich überwiesen. Ich habe hier die Fahrstuhl nach oben. Was haben wir hier? Oh, ein Hebeldruck. Wow. Okay. Schattenherz ist unnötig, des Aufzugs. Dann muss sie wohl laufen. Okay. 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 Hebeldruck. Okay. 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 Oh, eine Bison, oder? Was geht hier vor Satz? Das ist mir. Na dann. Und dann drauf? Natürlich nicht. Was ist ein Tag? Was ist ein Tag? Wieder, wieder... Wieder die Seelenbein tot. Das ist doch nicht wahr. Ich glaube, wir haben noch Geld. Auf all diesen harschen Nachts hast du keinen Garten. Liebe ist kein Demand von mir. Aber es ist oft als der Grund der mortalen Leben. Ich weiß nicht, ob hier jemanden für mich wäre. Ich glaube, es war eine Frau, eine Frau. Ist das nicht so? Willkommen. By doom and dusk I strike thy name from the Archives. Rise. Fate. Dost thou require a new ally? Then, thou must return. This is the prize of Banff. Well, can... By doom and dusk I strike thy name from the Archives. Rise. Let's go. Let's go again. 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 Three of them. One of them is fixed. So, we need to find a bad thing. Dose. Und wir schaffen es irgendwie von oben, das zu holen. Wo ist das vierte? Ich habe ein Herz. Mal speichern. Haben wir irgendeine Probe der Schafe wissen? Nein, diesmal sind alle mit dabei. Immerhin. Wir können die nicht rausnehmen, oder? Wo ist die Schafe? Auf dem Altar ist eine Inscriktion. Brav, das Gäuntlet von deiner Frau Schaar. Die Verkaufungen sind wahr. Das ist das Gäuntlet von deiner Frau Schaar. Vielleicht hier kannst du dich zeigen. Das ist ein Doppel. Das ist ein Doppel. Das ist ein Doppel. Das ist ein Doppel. Okay, wo kriegen wir jetzt nochmal die... Haben wir nicht alles schon durch die Wucht? War die hier drinnen? Nee, da war nichts. Ist auf der Schrittprüfung. Vertrauensprüfung. Irgendwas habe ich übersehen. ein Sekunde. Und was habe ich übersehen? Sanfte Schrittprüfung. Wiegt das Level grün? Dann eine Kugel. Selbe Prüfung. Vertrauensprüfung. Vertrauensprüfung. Nächste noch im Stillen. Bibliothek. Sperre die Nacht. Gebevon. 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 Da verstehe ich jetzt nicht, wo die hier... Mit dem ersten Stand fahre ich nach unten. Ich habe nur drei Steinchen. Und er hat... Einer von denen... Irgendwas fehlt uns noch... Einer der Steine. Die können wir nicht wieder mitnehmen. Und da fehlt mir eine Kugel. 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 Ich sag mal, bin ich. Schauen wir mal ein wirkliches Mal an. Ich bin ein enges Letzbär. Baldus geht 3. Tempel, der Schaum. Ich weiß auch nicht, wo wir was zurückgelassen haben. Ich kann mich auch erinnern, dass wir das... Ich erinnere mich, dass wir das Problem auch hatten. Ich fahre da schon mal mit den Charaktieren unten und stand wieder vor dem Rätsel, dass da... Das ist mir nicht, wenn wir... Wir fühlen. Ja, das ist das Problem. 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 Ich schaue die Granie. lösung ist wahrscheinlich ganz ganz dumm wahrscheinlich doch nur stein rausnehmen und fertig da sind drei steine drin 23 ich werde bekloppt und wo ich habe mir wirklich eine liegen lassen geht das jetzt nochmal ab sie ist zu blöd gewesen eine von den die prüfung haben wir schon gemacht oder ich muss jetzt aber die prüfung nicht nochmal machen oder hier ist keiner die haben wir genommen ich gehe es jetzt noch einmal durch ich bin nur ein nummer zwei eins haben wir vorher schon mit uns rumgeschleppt zwei dieselben prüfung das steinchen auch nicht genommen das steinchen auch nicht genommen schattentransport das lab dann wurde gedroppt ich kenne mich noch irgendwo rum schattenprüfung ich gehe hier nochmal runter ich muss mich irgendwo einen kunden übersehen haben das kann es ja nicht warte ich gehe da mal allein rüber jetzt nicht dass noch einer fällt ich sehe es ja schon mit mir Die Ständer haben wir mitgenommen Ich ziehe noch irgendwo einer Ich fühle mich auch verarscht Eine Bibliothek war keine Der muss nur sperren Der muss noch irgendjemand einen coolen Inventar haben Oder nicht Hier forscht das nochmal gründlich Ich habe mich jetzt nicht so verpackt, dass das hier nicht weiter geht Weil das er selbst hatte keine bei sich im Zimmer Oder eine verschlossene Schatzkammer Die da 30 braucht, um auf mir zu werden Kannst du auch nicht liegen Ich schaue da mal nach Und dann Jetzt hoffentlich im nächsten Part damit weiter hier Ist ein bisschen traurig für den Part Das tut nichts hier Verwächst, Schatz kann man noch aufmachen Natürlich nicht Das finde ich Das finde ich Das ist so eine Spendie. Eine haben wir hier reingemacht. Ich lade sie nochmal zurück. Irgendwas hier mal sehen. Hier ist aber auch keiner. Ich verstehe nicht. Gut, dann sage ich mal Dank fürs Zuschauen. Ich habe ein eigenes Let's Play zu gucken, wie ich das schon geschafft habe. Im nächsten Part sage ich euch, was ich falsch gemacht habe. Obwohl ich etwas übersehen habe. Die sind hier fest verankert. Ich habe nichts zu empfehlen. Ich habe nichts zu tun. Es gibt kein Zeitpunkt. Es gibt kein Zeitpunkt. Es gibt ein paar Dinge hier. Ich habe es gefunden. Es gibt kein Zeitpunkt. Ich habe ein paar Sachen in die Infobox, das ist es nicht immer. Ich möchte doch mal gucken, wenn ich habe. Tja, gut Schauen wir mal Nein Du willst mir doch nicht Du willst mir doch nicht erklären Dass ich die dort Dass ich die hier übersehen habe Ich muss das Ich muss nichts nehmen Das Aufnahme Ich muss mir die Aufnahme nochmal angucken Ich habe doch hier gelootet Und bin dann weitergegangen Ist die da Ist die nachher geblockt oder Kannst mir doch nicht erzählen Dass ich diese leuchtende Kugel dort übersehen habe Wenn ich im Ernst Bleib doch mal drüben So, ich gehe nochmal runter Dann zeige ich das euch noch Alle doof hier Dass ich hier schon schön nachschwindig wird Ne, nochmal drehen Und dann geht es Und dann geht es Und dann geht es Ich gehe das Dann gehen wir Und hier werde ich mal speichern. Gut, danke fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's weiter. Ciao, ciao. This must be where in the ship it is. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.